moin und herzlich willkommen bei smilefeuer live ich bin marco ehlers und ich möchte dir dabei helfen ein leben voller glück liebe und freude zu erschaffen also viel freude auf dem weg in dein neues leben moin und herzlich willkommen zu einer neuen folge smilefeuer live einfacher einfacher leben schön dass du auch diese woche eingestaltet hast wie ist es dir ergangen wie war die woche im tun haben sein oder im sein tun und dann zu haben ich habe einige schöne nachrichten bekommen und heute beginne ich mit einer kleinen geschichte diese geschichte handelt von einem bwl studenten und dieser bwl student nennen wir ihn martin und der traum von jedem bwl studenten auch von diesem martin war es irgendwann mal vorstandsvorsitzende zu werden ganz ganz weit und dann war sein studium vorbei und er dachte sich er testet mal seinen marktwert und also hat er sich überall beworben und guckte und irgendwann kriegte einen anruf von einem renommierten unternehmen und sagte mensch ich habe mir ihre bewerbung gesehen und ich möchte sie gern am freitag bei mir sehen zu dieser stelle gesagt getan martin geht dahin verkauft sich optimal perfekt und der vorstandsvorsitzende sagt bürt so ein bisschen dass der man unentschlossen ist und sagt mensch lieber junger man erzählen sie mal was ist denn nun los was ist was ist nun phase gerade sie wirken begeistert aber irgendwie auch ein bisschen zurückhalten und darum sagt er wissen sie eigentlich eigentlich hatte ich vor nach diesem studium einmal die welt zu bereisen die welt zu sehen mehr anzuschauen auf welchen planeten wir leben wie schön dieser planet ist bevor ich mich ins arbeitsgetümmel stürze so und der der vorstandsvorsitzende sagt ja die idee hatte ich damals auch in ihrem alter also passen sie auf bis montag habe ich von ihnen eine antwort was sie nun machen wollen und das wochenende ringt der mann herzhirn 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 was gewinnt angst oder oder glück und in diesem fall meistens ist es so dass die angst vier zu eins gewinnt ja und mensch bei ihm dann auch und sagt okay montag wieder hin sitzt in diesem büro und sagt mensch ich habe mich dafür entschieden ich möchte diesen job anfangen und der vorstandsvorsitzende sagt folgendes ich habe das wochenende auch nachgedacht und ich bin zum schluss gekommen ich werde diesen job ihnen nicht geben denn genau wie sie habe ich vor 40 jahren diesen weg nicht getan ich habe mich habe nicht auf mein herz gehört ich bin habe nicht die welt bereist und ich möchte die verantwortung dafür nicht übernehmen und auch nicht ihr schuld dass sie ihren traum nicht erlebt haben also machen sie ihre reise und dann kommen sie in einem jahr wieder eine zweite geschichte ja heute gibt es zwei geschichten ist von einem mann der in usa vor gericht stand wegen schwerer schwerer körperverletzung und in der usa ist dann so da darf man vortreten hat so eine vorverhandlung und da darf man sich rechtfertigen und zu seinem zu seinem fall stellung nehmen und dieser mann hat seinen arzt schwer verprügelt und fragt der richter in zoom was ist was ist da passiert man sagte sehr geehrter richter ist es so dass ich vor über sechs monaten die diagnose blutkrebs bekommen habe und der mann hat mir gesagt ich habe noch sechs monate zu leben nun bin ich nach sieben monaten wieder hin und sage ich bin immer noch am leben und der arzt sagte mir ja wir wollten sie eigentlich auch gerade anrufen wir haben ihre testergebnisse verwechselt und der mann der eigentlich blutkrebs hat ist vor zwei wochen gestorben daraufhin bin ich ausgerastet und habe den mann schwerst verprügelt nicht weil er mir weil er mir gesagt hat dass ich gesund bin und dass er eine fehldiagnose gemacht hat sondern dass ich ab montag wieder in mein altes leben zurück muss die letzten sechs monate waren die schönsten in meinem leben ich habe jeden tag genossen ich habe die dinge getan die ich machen wollte die mir am herzen lang ich habe zeit mit menschen versprochen 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 verbracht die mir wichtig waren ich habe alles das gemacht was ich alle jahrzehnte immer auf später später und morgen verschoben ab montag werde ich wieder pläne schmieden mir ziele setzen ich werde mir die macht der gewohnheit wieder unterlegen ganz im gegenteil zu den letzten sechs monaten wo ich jeden tag wirklich gelebt habe warum erzähle ich das ich erzähle diese geschichten aus dem grund weil wir und da schließe ich mich gar nicht so aus immer ziele wir sind so ziele basiert wir wollen die nächste karrierestufe den nächsten marathon die nächste strecke das nächste gewicht wir sind immer auf ziele 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 immer weiter immer höher und vergessen dabei die wirklich wirklich schön und wichtigen dinge in diesem leben wir vergessen dabei die menschen die wichtig sind die beziehung die wichtig sind die dinge auf diesem planeten zu entdecken auf die wir wirklich bock haben und mal ganz ehrlich viele von uns geht es wie der mann der zweiten geschichte wer jeden tag in unserem hamsterrad drin hängen und eigentlich andere dinge tun wollen als die wir gerade tun aber wir sind ja so bisschen in den sachzwängen in den gewohnheiten drin und geht ihr auch nicht anders und da verweise ich natürlich auf die folge mit du hast immer eine wahl und ich möchte dass menschen ich finde es andersrum ich finde es großartig wenn leute ihrem herzen folgen ich durfte menschen kennenlernen die hoch studiert waren wirklich eine wissenschaftliche wirtschaftliche karriere eingeschlagen haben die in dieser karriere mit sicherheit am ende richtig richtig viel kohle machen wirklich dieser klassische berufliche erfolg dickes auto haus also zugehörten also die komplette nummer und die haben sich irgendwann dafür entschieden als sie auf den ersten treppchen des erfolges waren dass sie gemerkt haben das was jetzt ist macht mich nicht glücklich der erfolg den ich glaube zu haben zu müssen fühlt sich nicht so an wie ich mir das erhofft habe sondern ich glaube ich möchte was anderes machen ich mache diesen beruf diesen job weil der sicher war weil mein berufsberater das gesagt hat weil es mir leicht viel weil meine eltern es mir geraten haben was auch immer aber mein mein herz war woanders und ich habe mich damals nicht getraut diesen weg gehen zu können ich dachte damit kann man kein geld verdienen damit kann ich mein lebensunterhalt nicht beschreiten mich halten die leute für verrückt und die sind dann einen komplett anderen weg eigentlich durfte in berlin einen rechtsanwalt kennenlernen der wirklich davor stand partner in seiner kanzlei zu werden also jurastudium hast du gesehen erstes zweites staatsexamen die komplette nummer richtig einsatzstudent alles nach plan und hat aber schon immer gerne mit seinen händen gearbeitet er war gerne draußen es hat ihm spaß gemacht zu hause hat er ganz ganz viel in seinem eigenen garten gemacht er war da super engagiert tolle ideen gehabt hat seinen garten umgebaut dies und das und hat er das hat sich obwohl es körperlich extrem schwer war sich das nie angefühlt verarbeitet nun stand dieser mensch wirklich unmittelbar vor der partnerschaft in dieser kanzlei und er hat die ganze partnerschaft abgelehnt er gesagt das ist nicht das leben wie ich es mir verspreche das ist nicht das leben was ich möchte ich möchte draußen in der natur arbeiten ich möchte landschaften gestalten ich möchte nach hause kommen und gesehen haben was ich erreicht habe ich möchte mir nicht zu hause die birne zermatern zwischen recht haben und recht bekommen das möchte ich nicht also hat er gekündigt hat seine eigene garten landschaftsfirma eröffnet alle um ihn herum fast alle haben ihn für verrückt gehalten ganz ehrlich wie kannst du als studifizierter mensch auf einmal anfangen in ein handwerk zu gehen wie kaputt bist du denn bitte und ich sag dir folgendes er hat bestimmt drei vier jahre gebraucht um ähnlich viel geld zu verdienen aber geld folgt sinn und er ist jeden tag mit leidenschaft und liebe und vollem herzen diesen job nachher gegangen er wusste genau was er macht ja und er hatte halt ein paar leute die er schon kannte die ihn sowieso mal gefragt haben wo kommst du wo kriegst du deine ideen her und da hat er angefangen und hat leute eingestellt und hat leute eingestellt nicht mal unbedingt nach qualifikation sondern nach passt du in mein team kann ich dir vertrauen und hast du bock zu arbeiten und arbeitest du hier für geld oder weil du was erschaffen willst und da hat mittlerweile weiß nicht wie viele angestellte wir haben immer den kontakt verloren schon über zehn jahre her ich weiß die firma gibt es immer noch weil wenn du etwas mit leidenschaft mast mit herz und seele dabei bist mit freude und einem lächeln auf den lippen wirst du immer erfolgreich sein was immer deine definition von erfolgreich ist ja und mittlerweile verdient er bestimmt mehr oder ähnlich viel wie als anwalt ja er hat auch so vorarbeiter die darum kümmern die wirklich die machen geile sachen die haben bock auf ihren job und jeden tag freut er sich auf seinen job und ich weiß auch dass derzeit wo wir noch viel viel kontakt haben sagte mir ja um handwerk und dann zahlen die leute nicht ja jetzt so ein bisschen die eso nummer wieder gesetzte anziehung du bekommst worüber du viel nachdenkst und wenn natürlich viel darüber nachdenkst dass du dir kunden bekommst die dir eine rechnung nicht bezahlen wirst du natürlich auch die erfahrung machen viele kunden zu bekommen die die rechnung nicht zahlen das war bei ihm überhaupt nicht du kannst dir natürlich deinen traum kunden auch überlegen wie du es möchtest und wenn du das gefühl hast der typ dein kunde was auch immer weiß deine arbeit nicht wertzuschätzen sagt naja das ist ein bisschen rumbuddeln hier dann dann hat er den job auch nicht angenommen ja sagt ich habe das gefühl dass sie am ende den preis drücken wollen mir mit ihm hin geschichten kommen und ich habe das gefühl das ist nicht richtig für uns beiden wir sind nicht das funktioniert mit uns nicht und das darf man auch mal sagen ich glaube dass wir also mehr thema verantwortung alles unserem leben gehört uns ja das universum spielt hat immer für uns und nie gegen uns das leben ist immer für uns da und nie gegen uns auch wenn wir in tragischen und sehr traurigen situationen im zoom wenn wir rein zoomen das überhaupt nicht erkennen können aber jahre später wissen wir genau warum das halt so war und ich finde das so toll wenn menschen mit herz und leidenschaft irgendetwas nachgehen das sind doch die das sind doch die geschichten aus denen den helden entstehen hat damals trotz widrigkeiten einfach seinen weg gemacht ja hat nicht auf die gehört die gesagt haben das wird nichts weil die leute erzählen ja immer aus ihrer sicht die erzählen ja nicht dass du das nicht kannst und die erzählen ja dass sie selber nicht können und das stimmt auch so wer sagt denn dass das so ist wer sagt denn nicht dass wir was cooles erschaffen können wer sagt denn dass man immer übers ohr gehauen wird wer sagt denn dass wenn man nett und freundlich ist dass man irgendwann messer im rücken hat wer sagt denn dass wenn man nett und freundlich ist und einen menschen gut behandelt dass sie einen irgendwann hintergehen wer sagt denn das das sind doch meine kleinen eigenen glaubenssätze die wahr geworden sind mir selbst offenbar eine prophezeiung die prophezeiung des ereignisses sorgt für ein ereignis der prophezeiung ja das ist selbst offenbar eine prophezeiung paar excellence wenn ich glaube dass ich irgendwie ständig mir leute mich hintergehen oder mich betrügen oder mir nicht ehrlich sind zu mir sind wer hat die denn in dein leben gelassen und das sind ja meistens wir selber und ich glaube fest daran dass alles in diesem leben auch überbande spielt ja nur weil ich zu dieser ein person nett bin nett und freundlich bin heißt das nicht dass die unbedingt zu mir genauso nett und freundlich ist ich bin ja nun kein kein idiot das weiß ich auch wenn die hat ihre eigene landkarte ihre eigene glaubensbubble die glaubt das was sie glauben will und das wird sie auch so wahrnehmen und auch so mehr in ihrem leben wahrnehmen können und dürfen und dafür werden aber andere wenn ich in einer guten positiven stimmung bin wird sich das positiv auf mein leben aussehen ich habe gute gedanken ich freue mich über dinge die ich tue ich sehe den menschen gegenüber für das was er ist ja und ich wertschätze den menschen für all das was er ist und ich verzeihe ihm all das was er in meiner welt nicht ist ja wenn ich mir keine ahnung da ist du hast einen guten freund dann wertschätze ihn liebe ihn für all die dinge die er ist dein partner liebe ihn für all die dinge die er ist und verzeih ihm all die dinge die er für dich in deiner welt nicht ist weil das macht er nicht mit absicht das ist seine beste option hatten wir in den folgen davor schon mal ja und so macht es das leben viel viel einfacher wenn ich die leute natürlich nicht fehl und beurteile und sage okay so sind sie das ist das beste was er haben kann du bist toll in den und den ding ja wir kommen immer wieder der kreis schließt sich immer wieder kommt immer wieder bei der smile philosophie an dem es sie alles und jeden als als positiv es hat also einen wundervollen schön einfluss auf mein leben gehabt wenn ich an als ich angefangen habe die menschen so zu sehen wie sie sind oder so zu sehen wie sie sein könnten das mag sich jetzt im ersten moment widersprechen mit dem satz davor was ich meine wenn du einen menschen siehst und du siehst das komplette wundervolle potenzial was in ihm steckt was er nutzen könnte ja und ihm aber auch gleichzeitig verzeihen dass er das nicht nutzt und aber sich darüber freuen wenn dieser mensch anfängt sich vielleicht genau so zu sehen wie wie ich oder du ihn siehst wie wundervoll dieser mensch ist welche tollen dinge man im leben schon geleistet hat und den mut zu finden so zu sein wie man selber sein möchte und wieder schon fast tradition in diesem podcast ist bin ich von kuchenbacken auf arschbacken gekommen also ich möchte auf ich wünsche mir eine welt in der die menschen viel viel mehr auf ihr herz hören das herz hat meistens recht und das herz verliert meistens gegen den verstand mit 4 zu 1 also für den verstand weil unser herz kann kein keine furcht in dem sinne empfinden am motto oh das funktioniert das kann nur unser kopf nur dein kopf kann dir dazwischen wichsen der kann dir die dinge erzählen die du glaubst glauben zu müssen denn es sind ganz oft nicht deine worte ja ich merke das immer wieder in der entwicklung von von unserem von dem lücken der wird jetzt sechs und ich weiß zwischen sechs und sieben ist es so bis dahin ist das gehirn eines kleinkindes wirklich wie ein schwamm ja es ist wie so eine trancewelle es nimmt alles auf wir wissen ja auch dass sie dafür ironie noch überhaupt nicht empfänglich sind und all diese dinge die man einem kleinkind sagt ein menschen sagt du kannst dies nicht du kannst das nicht du bist doof stell dich nicht so an sei ruhig sei leise das ist gefährlich nehme es ja du kennst du kennst die sprüche aus deinem eigenen leben in und auswendig die bohren sich so tief in dein unterbewusstsein und aus diesen dingen werden glaubenssätze und glaubenssysteme wenn du dir gesagt worden ist in unserer familie waren wir noch nie gut in mathe dann wirst du das glauben ja wenn du wenn du schlecht in mathe bist oder schlecht in deutsch in der rechtschreibung das kannst du nur erlernt haben entweder weil leute die es gesagt haben oder du einfach mal eine echt beschissene strategie hast wie du dir wörter merken kannst kleiner exkurs wenn du bock darauf hast pass auf du kannst nur eine schlechte rechtschreibstrategie haben wenn du eine akustische strategie hast nämlich dämlich ähnlich da wenn du dir im inneren die wörter vorsagst dann können nur solche rechtschreibfehler entstehen weil du da nicht weißt wie wo was was auch immer wenn du es aber visuell machst alle menschen die gut in rechtschreibung sind stellen sich das kennst du auch bei dir stellen sich das wort vor ja du schreibst das wort einmal so und einmal so und dann fällt dir auf welches ist richtig geschrieben ja da ist egal ob ein h drin ist ein e oder a e das ist sozusagen visualisiert dieses gehirn nun mal so das ist abgespeichert ja das ist problem auch bei diktaten die leute hören und dann sagen sie sich das selber noch mal vor und wenn sie es vorgesagt haben ja da hörst du das h halt nicht drin oder a e oder es stumm oder es oder es z das hörst du nicht das geht nur wenn du es dir visualisiert vorstellst so kurs beiseite also alles das was du als kind quasi gelernt hast du wir sind nicht gut in mathe wir können nicht gut das kommt dann irgendwann hoch und ich bin sehr bewusst in meiner kommunikation mit meinem sohn weil mir mit zwei drei jahren bei ihm aufgefallen ist dass ich fast sätze gesagt habe die ich vor über 40 jahren selber gehört haben wo ich mir gesagt habe das werde ich niemals meinem sohn sagen und ich habe überlegt wo kommen diese sätze her und die sätze kommen halt aus der vergangenheit die habe ich halt schon mal gehört das macht man halt so dass ein halt prägung die ja dabei sind und ich möchte dass er auf sein herz wird ich möchte mir ist es eigentlich völlig egal was er immer macht in seinem leben wirklich die einzige bedingung ist dass er spaß hat und spaß ist etwas was wir damals nicht gelernt haben mit spaß und freude an dick zu sein es gibt diesen spruch vom buddha there's no road to happiness happiness is the road also es gibt keinen weg zum glück der weg ist das glück dass er aufsteht morgens und spaß bei seiner arbeit hat deshalb rede ich nie schlecht über meine arbeit deshalb rede ich nie schlecht über arbeit ich rede auch nie schlecht über schule ja meine frau macht das genauso wenig ganz im gegenteil wir reden die dinge gut damit er dieselben erfahrungen machen kann wir bestärken ihn wir beschützen ihn wie er wir ermutigen ihn und geben die halt den halt und die struktur die er dafür braucht ja und ich möchte dass die viel viel mehr menschen auf ihr herz hören in beziehung in im arbeitsleben im gesundheitswesen gesundheitlichen leben über ihre fitness über ihre sportliche ziele was auch immer ja hör auf dein herz hör darauf worauf du bock hast jeder wir können uns jeden job kaputt denken ja ich gebe mir ich bin ja gut drin gibt mir zwei stunden und ich kann dir mein job kann dir alles aufzählen was unserem job gesundheitswesen scheiße ist und jemals scheiße sein wird und warum es auch nicht besser wird und aber das hilft nicht damit ist der fokus für mich auf das problem und sorgen zu machen sich sorgen zu machen hat noch nie geholfen eine lösung zu finden weil du halt emotional in einer stimmung bist in problem blöd gefahr ja und nicht geil was kann daraus gutes werden welche chancen ergeben sich daraus und es wird immer menschen geben die mir widersprechen und das auch gesucht ja sie also sie machen ihre erfahrung ich mache meine erfahrung und ich am ende ist es eigentlich völlig egal ob die recht haben und ich recht haben dass es wie beim pessimisten optimisten am ende haben wahrscheinlich beide recht die frage ist wer hat mehr spaß auf dem weg ja es gibt kein weg zum glück der weg ist das glück ja die frage ist wie man den weg begangen hat wie machen wir das mit welcher freude steht man morgens auf und sagt hey geil ich bin ich bin dankbar dass ich am leben bin ich bin dankbar dass ich ein dach über dem kopf habe ich bin dankbar manchmal habe ich das gefühl ich klinge wie ein kaputter anrufbar oder der immer dasselbe sagt und aber ganz ehrlich wenn alle menschen das so machen wie sie machen könnten und alle mit herzen dabei sind und dieser podcast nicht mehr gebraucht wird würde ich was anderes machen ja das ist wie wenn alle menschen gesund sind und wir keine medizin mehr brauchen würde ich da auch was anderes machen ich würde schon was finden glaube ich und wie schön wäre es wenn du mal darüber nachdenkst vielleicht dazu zum abschluss dieser folge woran hängt dein herz wirklich beruflich hobby ist völlig egal worauf hast du wirklich bock und was hält dich davon ab also wirklich logische gründe und es gibt die folge ja der grund warum wir unsere ziele nicht erreichen warum wir die dinge nicht angehen ist meistens faulheit feigheit und das eigene ego ja welche dieser dinge hält dich davon ab welcher glaubenssatz und willst du den glauben und hast du schon mal probiert mach einfach mal fall auf die schnauze ja mach die erfahrung es gibt keine fehler es gibt nur feedback ja wenn wir alle angst hätten den ersten schritt zu machen würden wir als babys niemals laufen lernen wie oft der lütte sozusagen auf dem hintern gefallen ist ja bis was gelernt haben bis sie reden gelernt haben bis dahin was die alles gelernt haben und wie oft sie feedback bekommen haben wie es nicht funktioniert hammer und je älter wir werden desto mehr haben wir angst davor fehler zu machen also was sagt dir dein herz worauf hast du wirklich bock woraufs was was lässt dein herz höher schlagen was worüber könntest du den ganzen tag reden worauf hast du bock das würde ich mir wünschen dass du diese woche bis zur nächsten woche dir mal überlegst hm im kleinen kämmerlein zettel und stift worauf hätte ich bock ist mein wie wäre mein leben in richtig und bis dahin wünsche ich dir eine wunder wundervolle woche ja genieße es und denk mal dran glücklich sein ist keine glückssache smile for a life dein marco danke dass du dir diese folge angehört hast und veranregungen und weitere informationen kannst du mir gerne schreiben unter podcast smile for a life.de und natürlich auf den social media kanälen gibt es noch mehr inhalte auf tiktok instagram und facebook und wenn du mir eine fünf sterne bewertung auf apple und spotify geben möchtest bin ich dir sehr sehr dankbar natürlich kannst du das auch einigen mitmenschen teilen also ich wünsche dir eine wunderschöne woche und denk dran glücklich sein ist keine glückssache ja 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 Untertitelung des ZDF, 2020